ja willkommen mein name ist anero ip und ich begrüße euch zurück zur let's play tales of xilia ja wir sind kläglich gescheitert im letzten bosskampf gegen agria und ja jetzt versuchen wir das ganze noch mal weil wir es können und ja ich werde mir noch ein paar sachen kaufen von denen ich hoffe dass sie uns was zu bringen und ja dann versucht man gleich direkt noch mal gottik schutz was gotik soll ich doch direkt wo ist schon lange her egal mache ich auf screen und ja ich habe noch so ein zwei level also nicht ein zwei level hoch gelevelt aber zwei drei charaktere haben noch ein level bekommen und das mache ich jetzt schweigen flug sagt okay lichtschutz die resistenz ging ich ich bräuchte gegen feuerresistenz sondern ich jeder hat hier ein level ab ich glaube weil es nicht gut hat nur 1 die ag noch aber brauchen sehr koordiniert natürlich hat schon gut hatte noch 1 genau drachenschuss trägen schon also ja sink konnte das aus hotels auf der abyss wird das exakt maximum geil sagt hat aber hier nein kommen muss mit verwundern als verlängern die grenze aufschreitung eine sekunde noch einmal pro komik brigade verbinden je mehr figuren du hinein als im kampf verbindest desto mehr erfahrung jetzt abendet ja nehmen wir mal da scheiße ich habe keine mehr genau genau du nimmst das hier mal überschreitungs verlängerung zwei je mehr figuren ja nimmst du immer sagt und dann das hier und mehr fp was vergangen verbinden angriff 3 geil so und dann noch hier gingens nähe ich hier auf oder nähe hier drauf genau wie bei jude schweigen flug kommt hier hin das gut die beiden gleichen sachen haben was da war ich ein anderer mal 118 hat das gerade wirklich 118 tp kostet glaube ich nicht ich habe mich verguckt haben 18 vor zu sagen so dann versuchen wir das ganze noch mal und erkennt man schon ich habe mal rome ins team gepackt und jude anstatt elvin und wieder und ja dann bei rona die partnerfähigkeit mit dem magie schutz deswegen hoffe ich meine das ist das irgendwie bringt er macht sie ihn jetzt schon seit ich muss mich von hier verfahren und ich mach mal die beiden typen mehr ich weiß nicht ob die immer wieder kommen aber kann ich schon sagen auch 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 so man hat doch mal die schutz oder nicht mehr habe ich mal die schütze darf nicht weiter sein so jetzt kommt er sagt aber wir treffen wir auch noch immer hier ok soll ja du kannst mal wieder zutronen gummi klauen er war gar nicht sagt geiler schlag aber pixie zettel verfahren und das was nein 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 die irre verfolgt mich für alle fälle aber gut ist die beste nein da kommt der nächste egal muss man nicht gehen mehrere kämpfen nur gegen sie ja okay mehrere da bringt nichts komm her komm ja immer mehr okay danke ist ja ein echter gentleman manchmal schweiz bringt mich mit rome kann ich irgendwie nicht in sachen verbindungsangriff für einsetzen kriegst mich nicht weil ich habe dann noch einen angebot aber man man ja oft kommt hey ich habe kommen wir gar nicht mehr klar doch da konnte ich einsetzen also mal gegen wasser schwäche wasser sagt sagt ja wo bist du aber dann machst du da überhaupt hast du es gibt es doch gar nicht hier aber hilfe nein man macht sie da wie kämpft die nein ich muss flüchte ich muss flüchten aber auch nein gewöck aber die macht voll aber die vier hier die nerven überhaupt nicht so wir brauchen einen moralischen wechsel und mila der magie bringen bringt irgendwie nicht man hört auf mich zu verfolgen damit ich dass die immer wieder kommen irgendwann müssen wir auch mal aufhören wieder zu kommen aber aber auch elvin mach was hätte den tag ja ich vertraue natürlich auf den vertreter heim ja fast ich glaube jetzt bringt wirklich nichts gegen die zu kämpfen aber macht einfach zu viel schaden und wenn die anderen füchern ja auch noch rumlaufen haben bringt das nicht nein verdammt und dann teleportieren sie sich auch noch weg ich halte sie aus tp gm hauna aus ja war immer so warm brennen hilfe helfe wenn ihr sagt mich dazu auch verrecken war du kommst jetzt erstmal weg waren naja jetzt kommt die direkt wieder hilfe elvin ich brauche eine kraft boah das hat voll gebracht ich sollte vielleicht doch stimmt jetzt vielleicht layer als cpu lassen soll weil ich brauch sie zum mal jetzt geht ihr macht alle weg nein ich die waffe nach einem ballern hier 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 so wo ist nicht du kannst dich irgendwas mit nahe also ich kann noch keine mystik arzt ich will auch mystik arzt oder war gegen ein gegner war gegen elise ich halte es nie aus nämlich dich naja war gibt es da einfach nicht wer kommen wieder gut jetzt war voll im arbeiter da kommen ja nein du hier nein 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 gibt's doch nicht da warte verdammt eine luft kann man auch einsetzen verdammt nein nicht auf diese was macht sie da da warte komme her das ist nicht wahr sein nein komm her es war ein bisschen einseitig jetzt aber was soll jetzt machte ich schon wieder her nein 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 au 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 das hat weh nein ist noch jemand tot nein nein tu mir das nicht an kann ich auch nein kann ich nicht nein nein was machst du da ich weiß nicht verdammt trank des lebens diese wie er jemand hier noch diese wird nein 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 boah ich halte da nie aus meint wir haben doch so gut wie geworfen boah 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 ja was jetzt ich habe das gefühl ich muss vielleicht ein oder zwei level noch trainieren weil sonst nicht gut ich meine wir waren dauerhaft in gefahr deswegen ja dann würde ich sagen ich mache hier eine ein level oder zwei level training session und dann sehen wir uns im nächsten part wieder ich bedanke mich fürs zuschauen und sage schon mal tschüss